Reinspaziert in die Menagerie. Ihr stolzen Herren. Ihr lebenslustgen Frauen. Mit heißer Wollust und mit kaltem Grauen die unbeseelte Kreatur zu schauen, gebändigt. Ich hab noch nie jemanden gemalt, bei dem der Gesichtsausdruck so ununterbrochen wechselte. Ich hab wirklich alles versucht, um ein bisschen Ruhe in sie zu bringen. Ja, dann versteh ich auch den Unterschied. Sie finden mich hässlich. Sie verstehen mich nicht. Nelly, du kannst sie ruhig etwas, äh, etwas auffordernder anlächeln. Mal sie doch. Bitte, bitte. Eva, küss mich. Pssst. Pssst. Lass mich auf dem Spiegel. Ich hab dich zweimal verheiratet. Ich hab dich immer wieder verheiratet. Ach du, du bist im Luxus, du. Ich finde, du siehst heute ganz reizend aus. Hm. Kommt auf die Ansprüche an. Warum heiraten Sie nicht? Lass mich. Du hast zwei Männer unter der Erde. Ich bin fertig mit dir. Es war einmal ein Bäcker, der prunkte mit einem Wanst. Wie du in Kühner und Kecker dir schwerlich träumen kannst. Du entkommst mir nicht. Und? Wer will dir entkommen? Wiele T-D.